Oh boy, liebe Leute, und zwar gerade gepostet vor einer Sekunde auf Twitter, dieses Video. Schlingdorntal, na, wird ein bisschen rot, Blutmond, na, vielleicht irgendwie das PvP-Event. Die Phase 2, sie geht los am 8. Februar. Ja, 8. Februar werde ich auf meinem Channel, auf Twitch, auf jeden Fall hart reinblasten. Channel ist der hier. Twitch-TV-Sieglinde. Leute, ich hab so Bock, wir wissen, endlich ein Datum, es hat lange gedauert, aber we got it. Da geht Phase 2 los und ich bin gespannt, also das hat irgendwas mit dem PvP-Event zu tun, denke ich mal. Na, denn sie meinten ja, da kommt ein PvP-Event. Leute, ich hab Bock. Ich wollte es nur schnell sagen, ich gehe jetzt ins Bett, wir haben nämlich gerade 23 Uhr. Gute Nacht.